So, noch irgendwie, ich habe mich mit 107 versuchen oder so, habe ich mich entschieden, die Schwierigkeit auf Leichtzustellen, sorry dafür, aber ich hoffe, damit klappt es wenigstens möglicherweise. Auf jeden Fall fahren sich die Karren schon ein bisschen besser, ich glaube, die Gegner sind auch nicht mehr so stark, als wie auf klassisch, tut mir leid, aber das Rennen hat mich so abgefuckt in der letzten Folge. Ich muss das jetzt einfach hinter mich bringen, sonst, äh, sonst habe ich keine Lust mehr auf das Spiel, und klar, es ist halt wahrscheinlich echt zu schwer, dass Autos auch, ähm, simuliert werden, also die Störung der Autos ist auf Simulation gestellt, anstatt wahrscheinlich jetzt hier auf Arcade-mässig, wahrscheinlich auch ein grosser Unterschied, ich stelle dann nach diesem Rennen schlechte Schwierigkeit gleich wieder auf klassisch, so wie es vorhin war, und eigentlich fand ich es ganz gut so, aber das Rennen hier, no way, dass man das auf klassisch schafft. ... ... ... Aber vielleicht sieht es zumindest ziemlich leicht aus. Wie lange bin ich jetzt schon erst? Eine ganze Runde? Kann gut sein. Aber vielleicht vermasse ich es ja trotzdem noch. Wer braucht Mikey Dunn? Dieser Mann ist ein guter Verletzter. Die Team-Drivers sind auf der letzten Seite. Es ist nicht lange, bis es alles vorbei ist, Leute. Wie kämpfen die ersten Einführung? Ein bisschen übertrieben. Jetzt hat er auch ein bisschen geschummelt. Er schummelt wieder, aber nach sieben Versuchen habe ich echt keinen Lust mehr darauf. Das hat echt das legendäre Rennen. Ich glaube, das hat viele Leute in der Originalfassung wahrscheinlich zum Aufgeben gebracht, um das Spiel nicht mehr weit zu spielen. Und damals konnte man wahrscheinlich die Schwierigkeiten nicht einstellen. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich weiss auch nicht, ob ich das Spiel soweit gespielt habe überhaupt. Das ist schon zu lange her dafür. So einfach geht's doch. Vollgas. Hey, Tommy! Hier ist unser Winner. Hey, Tom. Ich möchte euch nur bedanken dafür, dass du in wie du gemacht hast. Ich hatte sechs Monate zu fahren auf der Rennen. Ich werde jetzt nicht für dich. Ich habe nur was der Don asked, Lukas. Nun, du musst mich finden, um einen Weg zu retten. Du bist bei meiner Garage, wenn du eine Chance bekommst. Ich werde eine Lange auf etwas, was für dich schaffst. Klar, danke. Ich wusste, dass du uns nicht verlassen würden, Tom. Du hattest uns viel Geld heute. Amorel wird auf die Rennen auf der Rennen für Wochenende. Hey, was für die Europäische? Er ist wohl wohl in der Bühne. Hier. 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 gen. g. Hier. Vielen Dank. Okay, I'll get him home safe. Wer ist das denn, Hübsches? Ui. So. Gut, dann reden wir mal ein bisschen mit den Leuten hier. Danke für den nicht hilfreichen Tipp. Nee, noch nicht? Ich bin aber dran. Rolfi? Du hast das gemacht? Das ist einfach, T-T-Tami. Wenn sie hier vor 20 Jahren angefangen haben, viele Leute haben es noch nicht gemacht. Nein. Ich liebe dich. Nein, nein. Er hat gesagt, er war... ...hungry oder so. Okay. Aber du hast dich selbst. Sie sicher will, Tom. Danke. Frank? Schön zu hören, dass es dir geholfen hat. Danke. 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 Ja, das hört sich nach ihm an. Danke. 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 Komm schon ab nach Hause mit dir. Man sollte schauen, wo man hinführt. Hier ist es. Das hat mich zu schade, Tom. Look at you. Jetzt bist du sogar ein... ...racefahrer. Wir sind alle gut. Wir sind richtig gut, seitdem du in der Familie bist. Aber du weißt, du hast es einfach, nicht wahr? Me und Sam, wir halten die reale Dinge von dir. Ist das richtig, huh? Du weißt nicht, was es ist. Du hast die Calle zu sehen, ...und du weißt, was du weißt, was du weißt, was du weißt. Du weißt, was du weißt, Tom. Wir sind alle zusammen. Ich mache was der Don fragt, wenn er fragt. Just wie du. Du weißt, wie ich. Du kannst nicht nur es aufbauen, ...blank es aus wie Sam macht. Und gehen nach Hause. Werden wir nach Hause gehen. Bali, du bist schade. Du musst du aufbauen, bis du deinem 6. Ja, du bist richtig. Du bist richtig. Es ist das so... Komm, ich will mit der Lady. Ich useless euch zu dem heute nicht. Kass mir die Lady! Kass mir die Glühle zu den Leeren. Ich weiß, ich muss dich nach Hause gehen. Der Brücke. Kass mir die Brücke zu der Öländen. Kass mir die Lady! Kass mir die Glühle zu den Glühle zu. Ich weiß nicht. Sie sehen, dass du nach Hause in deinem Geburtstuhl ist. Es ist eher klassisch. Okay, jetzt sprechen wir. Oh mein Gott. Du solltest diese Damen sehen, Tom. Ich lasse es für dich, um mit den Barracudas zu schwimmen. Du solltest mir erzählen, woher ich bin. Du wirst nicht wissen? Ich weiß nicht. Zu Hause? Bring mir zu Hause. Ähm... Ich meine... Ja... Ja... Eine gute Idee. Ja... Okay, ich werde... Schöne Träume, tough guy. Ich werde... Ja... Ich fühle mich nicht so gut. Held der Nachbarschaft. Kapitel abgeschlossen. Ähm... Fair play. Sehr fair geplayt. Naja... Halt nie mag esen. Tja... 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017